Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, gestern habe ich es leider nicht mehr geschafft ein Video zu machen, war ein bisschen stressig der ganze Tag über. Dafür heute wieder momentan traden bei ungefähr 28.500 US-Dollar. Es ist deutlich nach unten gegangen. Nachdem wir hier nochmal die 29.900 US-Dollar Marke angetestet haben, sind wir leider nicht drüber gekommen, haben kein höheres hochgebildet und wurden erst einmal abverkauft. Mit so einem Move habe ich erst einmal nicht gerechnet, also dass wir jetzt so schnell nochmal abverkauft werden. Ich dachte eher, dass wir nochmal Richtung 29k fallen und dort erst mal unseren Move sehen. Aber gut, jetzt konsolidieren wir hier ein bisschen und wir haben einen neuen Monat. Wir schauen uns natürlich jetzt auch gleich nochmal den Daily Close an. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News, Signale oder sonstiges, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und momentan läuft bei BingX noch das Einzahlungsevent, was ihr zusätzlich zu euren Trading-Bonus sowieso noch dazu bekommt, wenn ihr euch über meinen Link registriert habt. Also schaut euch das gerne an. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Wie gesagt, 28.500 US-Dollar. Wir sehen hier diesen größeren Abverkauf, hier oben an der 29.900 US-Dollar-Marke. Es ging dann relativ rapide wieder nach unten mit relativ hohem Abverkaufsvolumen. Wir schauen uns das Ganze nochmal bei Binance an, weil wir ja da immer so ein bisschen auf den Daily Close und sowas gucken. Deswegen gehen wir hier mal rein, weil wir hatten ja unsere Sorge, okay, es könnte möglich sein, dass wir uns ein Head-and-Shoulders-Chart-Pattern bilden. Und momentan läuft hier auch noch alles nach Plan. Also das Head-and-Shoulders-Chart-Pattern ist immer noch in Play, was uns immer noch runter zur Marke von, ich sage jetzt mal, 24.000, 25.000 US-Dollar bringen würde. Also abgeschrieben ist das Ganze noch nicht. Wir sollten weiterhin noch ein bisschen vorsichtig sein. Trotzdem ist es nicht jetzt gerade mein Primärszenario, wo ich drauf achten würde. Was man aber dazu sagen muss, Daily Close war natürlich gestern beschissen. Also es war nicht wirklich bullisch. Wir haben kein höheres hochgekriegt, wir haben ein tieferes hochbekommen. Und jetzt heute sind wir auch bearish in die Woche reingestartet. Gut, jetzt gehen wir aber zurück zum Bitcoin-Chart und schauen uns jetzt da nochmal ein bisschen so die Struktur an. Also auf dem 4-Stunden-Timeframe sieht es relativ genauso aus, wie wir jetzt gerade eben auf dem Daily-Timeframe das gesehen haben mit dem Head-and-Shoulders. Das Symmetrical-Triangle können wir komplett in die Tonne treten. Für Bitcoin wird es jetzt erst einmal darauf ankommen, wenn wir uns jetzt mal hier noch ganz kurz das FIP-Level dazuziehen. Wisst ihr ja, ist eigentlich so das einfachste Tool dafür. Sehen wir auch, okay, das Golden Pocket hier an dieser Stelle von diesem Pump-Level, was wir jetzt die letzten Tage hatten, hat ihn zuerst einmal gehalten. Das heißt, hier dieser Support um die 28.200 US-Dollar, wenn der bricht, sehe ich ganz ehrlich tiefere Kurse. Und dass wir uns dann nochmal den WIC bei ungefähr 27.200 US-Dollar mindestens, also mindestens abfischen werden. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz, weil diese Woche sind ja einige News auch noch drin, Fett-Zinsentscheid am Mittwoch, was nochmal ordentlich für Bewegung sorgen könnte. Und deswegen würde ich sagen, weil wir ja noch keinen Marktausblick hatten, schauen wir uns dazu mal ganz kurz den DXY an. Denn der DXY, wie gesagt, haben wir die letzten Tage immer mal wieder ein bisschen angeguckt, dass wir uns in so einer übergeordneten Seitwärtsphase befinden. Und die könnte halt diese Woche, sollte die Fettig-Zinsen erhöhen, was ich momentan jetzt wieder ein bisschen mehr denke, auch wenn die First Republic Bank hier wieder ordentlich Probleme macht. Trotzdem sollte man das ein bisschen auf dem Schirm haben, dass der DXY hier deutlich diese Woche nach oben hin ausbricht. Und das dann eben auch für Kryptos. Erst einmal so ein bisschen dieser Rückgang sein könnte, den wir jetzt die ganze Zeit schon vermuten auf, ich sage jetzt mal 24.000, 25.000 US-Dollar. Also so unwahrscheinlich die nächsten Tage ist es nicht. Solange aber dieses Level hier hält, gehe ich weiterhin primär davon aus, dass wir Richtung 32.000 oder 32.400 US-Dollar auf jeden Fall pumpen könnten. Also so bearish ist das Marktumfeld nicht. Man muss halt dazu sagen, Mai, normalerweise sell in Mai and go away oder wie das Sprichwort auch immer heißt, glaube ich dieses Mal ehrlich gesagt nicht wirklich dran. Aber gut, wer weiß das schon, ihr müsst selber entscheiden, was ihr macht. Ich verkaufe auf jeden Fall nicht nur, weil wir jetzt den Monat Mai haben. Zum Short gehen vielleicht ärgert mich ein bisschen, dass wir hier den Short nicht doch gemacht haben. Aber im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Ja, das war es jetzt erstmal zu Bitcoin. Also wie gesagt, wir müssen jetzt mal warten, ob dieses Level hier hält. Gegebenenfalls hier dann nochmal einen Long eröffnen. Ansonsten die nächste Long-Möglichkeit Maximum wäre hier unten bei den 27.200 US-Dollar. Hier unten haben wir die meiste Liquidität liegen. Dieser Bereich oder sollten wir diesen Bereich anlaufen, wäre das ganz gut, um hier nochmal so einen Impuls nach oben hin zu bekommen. Sollten wir jetzt kein höheres Hoch mehr kriegen über diese 30.000 US-Dollar, das heißt wir laufen hier nochmal dieses Level an, fischen wieder nur Liquidität, ist das für mich ein ganz klares Short-Signal, weil wir kein höheres Hoch mehr reinkriegen. Und dann wird dieses Head-and-Shoulders-Chart-Pattern hier wirklich sehr, sehr valide für uns. RSI-mäßig haben wir noch ein bisschen Abverkaufsdruck. Und auf dem Daily-Chart können wir uns das auch mal ganz kurz angucken, haben wir auch noch ein bisschen RSI-Druck nach unten, der noch ausgelöst werden konnte. So, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Ethereum relativ gleich, auch hier habe ich eigentlich gestern mit einem bullischen Breakout nach oben hin gerechnet, oder vorgestern, wo wir das Video gemacht haben. Leider nicht passiert. Ethereum hat seine eigenen Dinge gemacht und hat sich nicht mal so richtig an das Bitcoin-Breakout nach oben hin gehalten. Das heißt, dieses Level erst einmal weg. Ethereum sieht deutlich bearischer aus. Ist aber auch deutlich unangenehmer zu traden, wenn ich das ganz ehrlich mal so sagen darf. Auch hier haben wir schon ein bisschen so die Struktur zumindest gebildet für ein mögliches Head-and-Shoulders-Chart-Pattern. Man muss hier, wie gesagt, immer ein bisschen vorsichtig sein. Head-and-Shoulders-Chart-Pattern meistens, wenn wir dann hier unten an diesen Support gehen, gehen viel Short und genau das Gegenteil passiert. Das heißt, sobald wir hier dieses Hoch bei den 1950 US-Dollar rauskriegen, bin ich hier ganz klar wieder auf der bullischen Seite. Kriegen wir das nicht raus, könnte das einfach nochmal so dieses tiefere Hoch sein, um dann erst, sag ich mal, den Short-Impuls nach unten hin auszulösen. Momentan aber, wie gesagt, Ethereum mit Sicht unbedingt auf meiner besten Liste, wo ich sagen würde, ich würde jetzt hier in Trades reingehen, ich würde mich momentan eher auf Bitcoin und auf den DAX konzentrieren. Der Rest ist momentan auch, Altcoins würde ich momentan einfach ein bisschen die Finger lassen, weil der Markt mir überhaupt nicht gefällt. Also warten wir jetzt auch hier erstmal ab, wie das Level hier unten hält, wo wir schon mal die letzten Tage drüber gesprochen haben, diese 1800 US-Dollar. Sollte der Support hier halten, wir kriegen einen Bounce rein, mit einem höheren Hoch ist es bullisch, kriegen wir hier nur einen Bounce rein, mit nur so einer kleinen Gegenreaktion, kein Hoch über 1920, ist das ein klares Short-Signal für mich. Gut, jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, DAX auch sehr, sehr interessant diese Woche. Ihr wisst, ich bin momentan echt ziemlich DAX-Fan. In den Futures sind wir schon bei 15.970 gewesen, auch bei Bing X und so, also die 16.000-Marke könnte jetzt wirklich die nächsten Stunden geknackt werden. Viele sind ja glaube ich immer noch long von unserem 14.700 US-Dollar-Call hier unten in diesem Bereich, wo wir, ich glaube mal, einen Marktausblick gecallt haben. Also Glückwunsch, ich habe mittlerweile, ich glaube 50 oder 60 Prozent sollten wir die 16.000-Marke knacken. Werde ich hier sehr wahrscheinlich auch nochmal einen kleinen Short probieren, aber die 16.000-Marke ist auf jeden Fall jetzt ein wichtiger Punkt. Halten wir uns drüber, Daily-Kurs, dann sind die 16.275 US-Dollar, denke ich, nur noch Formsache. Aber man muss dazu sagen, DAX letzten Wochen immer ein bisschen, ja, ein bisschen, hat ziemlich viel Spaß gemacht zu traden, weil wir immer in so einer Range waren. Aber die 16.000-Marke ist einfach nochmal dieser psychologische Effekt. Sollten wir da drüber kommen, ist es abnormal bullish. Glaube ich aber, das wird es eher Richtung, also heute oder morgen, am Mittwoch, wenn die Fett ihren Zinsentscheid macht, glaube ich ehrlich gesagt, nicht daran mehr. Gut, dann gehen wir rüber zu den News. Mastercard kooperiert mit Polygon, Solana und anderen. Also auch hier geht weiterhin die Krypto-Adaption voran. Wobei ich nicht so Mastercard-Fett bin, ich bin eher so Visa-Card-Fan. Könnt ihr gerne mal unten reinschreiben, was ihr so für Fans habt. Ich glaube, die New Internal Live-Card ist, glaube ich, auch Visa-Card. Funktioniert Bombe. Macht Spaß damit auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen früh wieder zu einem Update, morgen auch noch ein kleiner Altcoin-Tipp, beziehungsweise, ja, Altcoin eher so Low-Cap-Tipp, kommt morgen wieder. Also ihr seht, jetzt kommt langsam wieder ein bisschen Fahrt auf bei mir. Freue ich mich drauf. Urlaub ist vorbei. Und jetzt gehen wir wieder an die Analysen richtig durch. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in die ganze Handelswoche. Like da lassen, Abo da lassen. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.